Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 13. März 1964. Vor 60 Jahren wurde die New Yorkerin Kitty Genovese ermordet. Ein Beitrag von Irene Goyer. Es ist viertel nach drei in der Nacht, als Kitty Genovese von der Arbeit nach Hause kommt. Sie parkt in der Nähe eines Häuserblocks im New Yorker Stadtbezirk Queens, wo ihr Apartment liegt. Kitty Genovese ist 28 Jahre alt und Barmanagerin. Sie wurde als stets gut gelaunt beschrieben. Sie leuchtete nachts wie ein Glühwürmchen. Wird der Schriftsteller Didier de Quint später schreiben. Er hat die Geschehnisse an diesem 13. März 1964 in einem Roman rekonstruiert. Auf dem Weg zu ihrem Apartment kommt ein Mann auf Kitty Genovese zu. Unvermittelt sticht er mit einem Messer zweimal auf See ein. Sie schreit um Hilfe. Lichter im Wohnhaus gehen an. Jemand öffnet das Fenster und ruft. Lass das Mädchen in Ruhe! Der Täter verschwindet. Kitty schleppt sich schwer verletzt weiter. Als alles still bleibt, kehrt der Mann zurück. Schnitte an ihren Händen werden zeigen, dass es zum Kampf kommt, den Kitty nicht überlebt. Der Täter vergewaltigt die Sterbende und verschwindet mit 49 Dollar aus ihrer Handtasche. 14 Tage später titelt die New York Times 38, die den Mord zahlen, riefen nicht die Polizei. Die Annahme war, so viele Menschen haben das gesehen. Warum hat denn keiner was gemacht? Die Wirtschaftspsychologin Henrike Vogelsang hat sich intensiv mit dem Fall Kitty Genovese beschäftigt. 38 Bewohner sollen also etwas gehört oder sogar gesehen, aber nichts unternommen haben. Empörung in der amerikanischen Gesellschaft und der Anfang einer Forschung zu einem Phänomen, das die Sozialpsychologen John M. Darley und Bip Latterney später als Zuschauereffekt bezeichnen. Das heißt, aus diesem Kriminalfall ist eine Forschung entstanden, die sehr interessante und immer noch aktuelle Themen hervorgebracht hat, nämlich die Grundannahme beim Zuschauereffekt ist, in einer Notsituation je mehr Menschen anwesend sind, desto weniger hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch hilft. Daraus entsteht dann der Begriff der Verantwortungsdiffusion. Anhand vieler Experimente entwickeln die beiden Sozialpsychologen einen Fünf-Stufen-Prozess darüber, warum Menschen helfen oder auch nicht. Erstens, ich muss ein Ereignis wahrnehmen. Zweitens, ich muss feststellen, dass das Ereignis eine Notsituation ist. In der Mordnacht vor 60 Jahren interpretierten manche die Schreie als Streit unter Betrunkenen. Für sie lag keine Notsituation vor. Dann, dritter Schritt, ich übernehme Verantwortung. Da scheitert es dann zum Teil, dass ich die Verantwortung eben nicht übernehme. In der Mordnacht ruft ein Nachbar nicht die Polizei, weil er homosexuell ist und Angst hat vor Diskriminierung und Übergriffigkeit seitens der Polizei. Wenn ich mich dazu entscheide, Verantwortung zu übernehmen, wäre der vierte Schritt, helfend einzugreifen, wenn ich denke, dass Hilfe erforderlich ist, und im fünften dann eben die Hilfe durchzuführen. Daraus sind Handlungsempfehlungen entstanden, wie im Alltag dafür gesorgt werden kann, dass trotz vieler Beobachter Verantwortung übernommen wird. Beispiel Erste Hilfe am Unfallort. Wenn ich Hilfe leiste und möchte, dass mir jemand anderes dabei hilft, ich brauche jemanden, der den Notruf ruft und so weiter, dann spreche ich eine bestimmte Person an und sage, du hilfst mir jetzt, du rufst den Notruf. Ich rufe nicht laut in die Menge, kann mir jemand helfen? Sondern ich sage, du hilfst mir. Dann fühlen sich die Leute verantwortlich. Mir wurde Verantwortung übertragen. Für solche sehr alltäglichen Sachen ist genau diese Forschung wichtig. Bemerkenswert daran ist, dass diese Forschung entstand, obwohl sich ihr Ursprung, nämlich die Annahme, 38 Menschen hätten Kitty Genoves nicht geholfen, ein Irrtum war. Den Zuschauereffekt gibt es also, doch beim Mord an Kitty Genoves spielte er keine so große Rolle wie anfangs gedacht. Der Autor Didier de Quint schreibt dennoch 2009 in seinem Nachwort, Staatsanwalt Scholar wurde nicht müde zu wiederholen. Vielleicht haben nicht 38 Nachbarn den Mord gesehen. Aber es waren höchstwahrscheinlich mehr als 38, die Kitty Genoveses Schreie gehört haben. Aber in der amerikanischen Rechtsprechung gilt unterlassene Hilfeleistung nicht als Verbrechen. Am Zuschauereffekt und der Verantwortungsdiffusion wird bis heute geforscht. Henrike Vogelsang hat in ihrer Arbeit die Verhaltensmuster übertragen. Auf einen ganz anderen Bereich. Die Klimakrise. Das war meine Argumentation in meiner Forschung. Dass man sagt, in diesem Fall gelten alle Menschen als Zuschauer dieser Notsituation. Das heißt, von jeder einzelnen Person ist Verantwortung gefordert. Und da hapert es dann, die Verantwortung tatsächlich zu übernehmen, weil es einfach zu viele Menschen gibt, die ja auch was machen könnten. Und nicht nur ich. Das heißt, von jeder einzelnen Person. Das heißt, von jeder einzelnen Person. Untertitelung des ZDF, 2020